Es war ein sehr ereignisreicher Tag heute, wir hatten Tag der offenen Tür. Wir haben heute acht verschiedene Berufsfachschulberufe anbieten können und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie unser vielseitig gestaltetes Programm, abwechslungsreiches Programm, auch angenommen wird von den zukünftigen Auszubildenden, von den Berufsinteressierten. Wir haben ganz tolle Schüler, die mit sehr viel Engagement hier an der Schule mit unseren Kollegen, mit meinen Kollegen zusammen diesen Tag der offenen Tür gestaltet haben und ich freue mich, dass die Außenstehenden das genauso auch bewertet haben heute. Dass es sehr gut angenommen wurde, dass ganz viel ausprobiert wurde und egal ob der Blutzucker gemessen wurde oder die Massagen angeboten wurden. Mütter, Väter und vor allen Dingen auch die Berufsinteressierten, die wir natürlich für die Zukunft hier bei uns am Klinikum haben wollen, haben, glaube ich, die ganze Bandbreite unseres Berufsspektrums hier kennenlernen können und das macht uns schon stolz, dass wir jedes Jahr wieder an die 500, über 500 Besucher hier auch am Tag der offenen Tür begrüßen können. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.